Musik Coop wünscht Ihnen an viele von diesen langen und schönen Sommerabenden, die es einem rausziehen, um einen feinen Sommer zu Nacht im Freien. Natürlich mit allerlei Spezialitäten vom Holzkohlengrill. Saftiges Fleisch und knackige Würste gibt es bei Ihrem Coop-Metzger. Dazu gibt es fixfertigen mild gewürzten Midi-Herrtöpfelsalat und Tigerschmelzkässcheiben-Sandwich oder Toast-Extra. Viando, die typischen Tessinerwurst-Spezialitäten wie Salami, Rohschinken oder Coppa. Besonders fein ist der rassige Sprienze, wenn man einen Hauch dünn hobbelt. Und frisches, knuspriges Halbwissbropp vom Coppec bringt das Aroma von Käse und Wurst am besten zur Geltung. Trinken Sie doch mal ein Glas kalte, frische Pastemilch. Es ist ein wertvoller Durstlöscher. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten, zudem unkomplizierten, fröhlichen Sommerznacht. Und was Sie bei Coppe ab morgen wieder sparen können, das sehen Sie jetzt noch bei den Aktionen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coppe ein Nachfüllbeutel an 200g Mokkaffee statt 6,90g, jetzt für 5,90g. Alle Midi-Confitüren im 1kg Glas sind jetzt 70g Rappen günstiger. Salami Tipo Milano Stucca 380g statt 9,50g nur 7,40g. 100g geschnitten nur 1,95g. Alle Coppe-Jogurte im Becher an 180g sind jetzt 10g Rappen günstiger. Und nur morgen über Monat am Samstag italienische Reginatrauben, das Kilo nur 1,50g. Und dann noch der aktuelle Preislager. Das pflegelechte, 8-teilige Gedeck, bestehend aus Tagesdecke, Überdecke und 6 Servietten, offeriert Ihnen Coppe zu nur 29 Franken. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017